Dann kommen wir zu den lustigen Dingen, die so auch an der Uni passieren, an der ich arbeite. Bei uns wurden jetzt 875.000 Euro Projektgelder eingeworben für ein BMBF-Projekt. Das ist ein Bundesministerium, was das vergibt, also Steuergeld. Das sich damit beschäftigt, wie der Zusammenhalt in Europa durch Religion gestärkt werden kann. Insbesondere ist das Geld hier an die Junior-Professoren Kortmann und Unser gegangen, die sich damit beschäftigen wollen, wie Glaube und Religion Geflüchteten helfen kann, sich besser zu integrieren. Ich glaube, sein Vater heißt Vaterunser. Also die arbeiten hier als Professoren oder Junior-Professoren an der Fakultät für Humanwissenschaften und katholische Theologie. Ich muss dazu sagen, die Uni hier in Dortmund ist eine technische Universität seit ein paar Jahren, irgendwie so seit 13, 14 Jahren oder so. Bei uns ist der ganze Anteil an Geisteswissenschaften immer weiter geschrumpft und es gibt noch so ein paar Reste, die im Wesentlichen dafür da sind, die Lehrerausbildung zu machen. Zumindest ist das mein Verständnis, wie das bei uns abläuft. Und da gibt es halt diesen Zusammenschluss von den Theologen mit den sonstigen Humanwissenschaften. Der Kortmann ist auch selbst eigentlich aus der Politikwissenschaft und der Unser ist aus der katholischen Theologie. Und die möchten sich halt jetzt damit beschäftigen, wie denn die Religion dabei helfen kann. Und da steht schon mal in der These drin, dass Religion überhaupt dabei hilft, was ich doch stark bezweifeln würde. Ich meine, das ist jetzt anekdotisch, das müsste man wissenschaftlich genau untersuchen. Aber wenn ich mich daran erinnere, gerade im Umfeld von Geflüchteten, wen ich so kenne, dann fallen mir als allererstes zwei Gruppen von Geflüchteten ein, nämlich iranische Geflüchtete und albanische Geflüchtete. Also iranische Geflüchtete, die in der Regel vor dem komischen Mullah-Regime im Iran geflohen sind und die ich nur als perfekt integriert erlebt habe hier. Und albanische Geflüchtete, die aufgrund ihrer Religion geflohen sind und sich meistens, also da gibt es natürlich auch Ausnahmen, ich will die nicht über alle über einen Kamm scheren, auf gar keinen Fall, aber die meistens doch erheblich stärkere Integrationsprobleme haben. Und das würde mich zu der These verleiten, dass der ganze Projektkontext hier schon Unfug ist, nämlich dass nicht Religion dazu beiträgt, dass sich Leute hier besser integrieren und man nicht untersuchen sollte, wie die dazu beitragen kann, sondern man eher untersuchen kann, wie das Wegbleiben von Religion dazu beiträgt, dass sich Leute hier besser integrieren, weil eine säkulare Gesellschaft das viel besser hinkriegen kann. Das war auch mein Eindruck, hatte ich ja vorhin gesagt, wenn man sich nur auf die positiven Punkte konzentriert, dann findet man natürlich auch irgendwas. Das kam mir so ein bisschen vor wie, wie super ist Trump? Also wo die Fragestellung im Grunde nur das mehr oder weniger positive Ergebnis zulässt und dann kommt ja noch dazu, dass der Umstand, dass Flüchtlingsarbeit vermutlich viel von Kirchen oder kirchlichen Organisationen betrieben wird, nicht heißt, dass man das nicht auch ohne machen könnte. Also der Punkt ist ja, wenn du professionelle Flüchtlingsarbeit machen willst, was hat die Religion damit zu tun? Dann musst du gucken, wie kannst du Sprachbarrieren, kulturelle Sachen machen? Das hat ja alles mit Religion nichts zu tun. Und dass die das jetzt gerade, die Kirche hat halt häufig eine Infrastruktur und auch ein Anliegen, weil die Kirchen ja, meine ich, sich immer gerne schmücken mit ihren angeblichen Wohltaten. Das kommt gut, weil mit dem Christentum selber, das haben wir ja bei Frau Kessmann gemacht, da kann es ja nichts mehr reißen. Dass der Retter der Juden geboren worden ist, angeblich vor 2000 Jahren, das zieht halt nicht mehr so. Aber dass die Kirchen so viel Gutes tun, das ist dieses Whitewashing, was bei Unternehmen ja beispielsweise kritisch gesehen wird. Und dann ist natürlich auch so, dass Kirchen, das geht vielleicht ein bisschen damit einher, auch unbewusst vielleicht gegenüber bei den Gläubigen, sich gerne auf Leute in krisenhaften Lebenssituationen kümmern, weil die eben besonders empfänglich sind für irgendwelche Guru-Botschaften. Die beiden Forscher sind übrigens auch in der Richtung aktiv. Zumindest der Kortmann hat Paper dazu veröffentlicht, wie so die Rolle von Kirchen bei Pflege und all sowas ist. Hat er dich auch befragt? Nein. Wie die Kirchen diskriminieren in unterschiedlichen Ländern und wie denen das erlaubt wird oder nicht und wie stark die Säkularisierung damit zusammenhängt. Und er stellt das so ein bisschen so dar. Die Diskriminierung von Kirchen in der Pflege, der kann man damit am besten begegnen, dass man noch mehr kirchliche oder religiöse Pflegeeinrichtungen hat und insbesondere auch islamische religiöse Pflegeeinrichtungen zulässt, weil nämlich die Diskriminierung nur durch die Dominanzstellung und die Verquickung der katholischen und evangelischen Kirche mit der Politik hier zustande kommt, während es nicht so ist, dass das etwas damit zu tun hat, dass es die Kirche prinzipiell ist. Und in die Richtung gehen auch sämtliche Forschungsbesträgen von den beiden. Die machen das immer international und vergleichen das dann mit Polen, den Niederlanden, Frankreich. Ja, Polen. Total gutes Beispiel. In dem Vereinigten Königreich und zeigen dann, dass die Rolle von der Kirche nicht so sehr davon abhängt, dass es die Kirche ist und irgendwelchen Glaubensgrundsätzen, sondern vielmehr von der Nationalität abhängt und dass das doch nur so ein dem Ganzen überlagerter Faktor wäre. So stellt sich mir das dar, was ich von der Forschung von den beiden Stichpunktarte mir angeguckt habe. Also was ich mitbekommen habe, weil bei mir in der Nähe gab es ja auch, Flüchtlinge, ich weiß nicht, ob die da jetzt noch sind, weil ich da ja jetzt weggezogen bin. Das wurde auch über die Kirche gemacht. Also die haben dann sich so ehrenamtlich, haben die dort so Deutschkurs und sowas. Oder mit behördlichen Sachen, dass die da Hilfestellungen hatten oder Dolmetscher. Und da sind mir auch verschiedene Gruppen aufgefallen. Da waren einmal welche, die immer noch sehr streng religiös waren, die dann Probleme hatten, weil dann irgendwie die Grenzen aufgezeigt wurden. Und dann sagten, das kannst du hier so nicht machen. Und dann gab es aber auch welche, das habe ich auch einige Mal erlebt, die wirklich gesagt haben, Gott sei Dank bin ich froh, dass ich hier bin. Jetzt beobachtet mich hier keiner mehr, sondern das habe ich wirklich ein paar Mal gehört. Ich glaube ja eigentlich gar nicht wirklich. Aber wenn ich das dort sage, da komme ich ja ins Gefängnis oder passiert ja sonst irgendwas mit mir. Die dann wirklich zum Teil froh waren, dass dieser Druck von ihnen runter war. Und dann gab es natürlich auch noch welche, die gerade wenn du in so einer Flüchtlingsunterkunft, da sind ja häufig mehrere Nationalitäten gemischt und auch zum Teil mehrere religiöse Identitäten. Und oh, also da hatten wir einige Male richtig Probleme, wo dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht, Christen versus Muslime. Muslime waren halt in der Regel sind dann häufiger in der Mehrheit. Die sind miteinander untergebracht gewesen. Und das gab dann zum Teil wirklich ganz, ganz übles, böses Blut. Das waren dann auch wirklich religiöse Minderheiten. Jesiten, glaube ich, die gesagt haben, wir sind von dort geflohen, weil wir dort verfolgt werden. Und jetzt werden wir mit Anhängern der Religionen hier untergebracht, die uns da verfolgt haben. Jetzt sind wir schon wieder dieser Bedrohung ausgesetzt. Wo ich auch gedacht habe, ja Wahnsinn. Also religiöses Miteinander ja direkt mal gar nicht. Aber um hier Professor Unser aus dem Pressebericht der Uni zu zitieren, gerade die drei abrahamistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, bilden eine wichtige kulturelle Grundlage unserer europäischen Geschichte. Sie haben dazu beigetragen, dass die europäischen Länder über miteinander verwobene kulturelle Traditionen und eine Vielzahl geteilter Werte verfügen. Ja, religiöse Verfolgung oder was? Also das widerlegt dich doch sofort. Ja, natürlich. Obwohl ich meine gemeinsame Werte haben die sicherlich, ne? Gerade so Homophobie oder so. Ja gut, kann man natürlich auch so sehen. Ja, gemeinsame Werte. Wenn man nach denen hier gehen würde, wäre die Antwort auf alles, den Leuten so ein Wischiwaschi-Christentum oder Wischiwaschi-Islam dann zu verkaufen und die in gemäßigte Gemeinden zu integrieren. Das wird das Ergebnis von diesem Forschungsprojekt sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, und wonach bestimmt man dann, wer gemäßigt ist? Das ist natürlich dann auch wieder die Frage. Das ist dann natürlich auch immer so eine Gefühl, sag ich, ja, das fühlt sich richtig an und gut. Wir brauchen mehr Kesselmann-Muslims, eindeutig. Ach, irgendwie. Also wenn ich mir das von Muslimen, wenn ich mir dieses Wischiwaschi-Zeug dann auch noch dieses, Frau Kesselmann kann man halt auch wirklich nicht festnageln. Also das ist wie so ein Pudding an die Wand. Das ist so eine schöne Metapher, die finde ich großartig dafür. Man kann sie nicht wirklich festnageln. Du meinst, sie ist mehr Schmelzkäse, Mann. Ja, so ein Fundamentalist, der wirklich so seine festen Grundsätze hat und da keine Zweifel davon überzeugt ist. Die Argumente kann man da ja irgendwo noch angehen, aber wenn jemand das Fundament aus Wackelpudding besteht, das kannst du ja nicht greifen. Naja, du kannst die Widersprüche aufzeigen, aber jemand, der Frau Käsemann interviewt, macht das eben nicht. Aber das hat ja vorhin sehr gut funktioniert, weil sie ja so krass der Bibel widerspricht. Ja. Es ist halt nur so, dass die Leute, die sich mit ihr unterhalten, sie wahrscheinlich gar nicht kritisieren wollen. Sie glauben, oh, das ist Frau Dr. Käsemann, die muss es ja wissen oder hört sich gut an oder wir wollen die Käsemann-Schlachtzeile. Eigentlich geht das sehr gut, sie vorzuführen, weil sie sich ja teilweise selber widerspricht, haben wir ja gezeigt. Ja, aber die meisten Christen, die sich so Christ nennen, die machen wir uns da nichts vor. Die wissen ja auch gar nicht, was drinnen steht. Ja. Die haben mal in der Bibelschule mal ein paar nette Sprüche gelernt oder hören ab und zu mal vom Pfarrer so ein paar nette Sätze aus der Schrift. Aber was da wirklich die Zusammenhänge und was da im Kontext steht und was da überhaupt alles drin ist, die ganzen Widersprüche, das wissen viele gar nicht. Wenn ich denen das immer sage, die gucken mich immer an, als ob ich sonst was gemacht hätte. Und dann geht es so, ja, lest doch dein blödes Buch, da steht es doch drin. Ja. Und die wissen das gar nicht, ja. Das ist ja das Problem. Bestenfalls kennen die die Kinderbibel. Ja. Und dann diese, das machen wir doch jetzt wirklich seit zehn Jahren im Kenzer Podcast, diese aus dem Kontext gegriffenen Zitate. Wir hatten auch hier diesen Gefängnisgottesdienst, wo die in der Bibel offenbar nach den Wörtern gefangen und Befreiung gesucht hatten. Das ist vielleicht nicht die beste Stelle, Fink. Das hatte ich halt bei der letzten Folge, die ich geschnitten habe. Was war das hier? Das Buch mit dem Luftanker. Das ist ja das Problem, wenn du nicht die Zeit hast oder Lust, dich mit den Sachen zu befassen. Und die kirchlichen Sprechköpfe erzählen dir immer, ja, Gott ist nett, Gott schickt keine Strafen und die Gesellschaft basiert auf den zehn Geburten und du hast nicht den Kenzer Podcast. Das ist eine große Lücke, ist das. Dann hast du ja gar keinen Grund daran zu zweifeln, dass das, was die sagen, oder Frau Keßmann, die sagt dir, Gott schickt keine Pandemie und so weiter, dann fehlt der Anstoß. Du musst genug über das Christentum wissen, um überhaupt die Brisanz zu erkennen. Gut, wenn man einmal dann gemerkt hat, für mich ist das immer wie so ein Pullover, wo du so einen Faden anfängst zu ziehen und dann ribbelt sich der ganze Pullover auf und du weißt auch dann irgendwann, du findest immer was. Das macht für mich die Beschäftigung mit Kirchenthemen so spannend, weil du in der Regel was findest. Jetzt hier dieses Käßmann-Interview, ich wollte eigentlich nur diesen Spruch, diese Schlagzeile, Gott schickt keine Pandemie, wollte ich ein paar Gegenbeispiele finden. Und als ich dann in der richtigen Stimmung war, habe ich gemerkt, du kannst dir Satz für Satz zeigen, was für ein Scheiß Frau Keßmann labert. Und der Typ von der Süddeutschen, wie gesagt, dass Gott Plagen schickt, das müsste der ja wissen. Und darauf, dass Corona keine Sintflut ist, ist ja auch nicht so schwierig zu kommen. Ja, vor allen Dingen, selbst wenn man mal jetzt davon ausgeht und sagt, ja, Naturkatastrophen, also Erdbeben, werden ja nicht von den Menschen ausgelöst. Aber Corona wird natürlich oder allgemein Pandemien oder Erkrankungen, ansteckende Erkrankungen werden natürlich durch menschliches Verhalten beeinflusst. Nehmen wir jetzt mal an, man würde das nur darauf festnageln. Okay, aber selbst wenn ich jetzt mein eigenes Haus anzünden würde oder das Nachbarskind daran schuld wäre, weil es gezündet hat, ja, aber die Feuerwehr kommt ja trotzdem. Das heißt, das ist ja auch gar keine Entschuldigung oder wäre gar keine Entschuldigung für ein göttliches Wesen, weil auch die Rettungsleute, die ziehen dich ja auch aus dem Auto, auch wenn du besoffen gefahren bist. Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Nein, nein, natürlich. Und irgendein armen Fußgänger, der da in Hannover unterwegs ist, über einen Haufen fährst. Ja, genau. Und selber an der Wand landest. Das heißt, dir wird ja trotzdem geholfen. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre nicht so. Ach, sie sind mit der brennenden Zigarette eingeschaffen. Ja, da kann ich jetzt leider nicht eingreifen, weil das ihre Ereignisse. Das ist ja der freie Wille. Und da kann ich ja jetzt nichts machen. Also das ist ja gar keine Entschuldigung für irgendwas. Die Alternative ist übrigens ein gutes Geschäftsmodell. Krassus ist in Rom damit reich geworden, dass er dort die Feuerwehr betrieben hat und nur die Häuser gelöscht hat, wo vorher ordentlich Geld gezahlt wurde und dann auch mal ein paar angesteckt hat. Und die Sachen, die dann abgebrannt waren und Ruinen waren, die hat er danach billig gekauft und wurde dann sowas wie Immobilienmogul. Hat übrigens deutliche Parallelen zu Trump-Krassus. Dachte ich auch gerade. Insofern freut mich auch das Ende von Krassus besonders. Was war denn das Ende? Ja, er hatte so einen weniger erfolgreichen Eropungszug in Persien versucht und angeblich, das ist nun Legende, hat ihn dann wegen seiner Geldgier der persische König dann in seinen aufgerissenen Maul reingegossen. Also flüssiges Gold. Ob das so wahr ist? Gold in der Kehle. Ja, Goldkehlchen. Das ist auch was für unsere Freunde, die, diese Mittelalter-Serie da, die jetzt so rumgeht. Da ist auch so eine Szene drin. Game of Thrones, keine Ahnung. Game of Thrones, genau. Da kam das angeblich auch vor. Habe ich nicht gesehen. Aber ich will noch mal was Grundsätzliches sagen. Und zwar, was mir auffällt und was mir schon die ganze Zeit gegen den Strich geht, ist, dass wir in der Flüchtlingskatastrophe, die wir ja haben, die durchgehend ist eigentlich, man kann ja nicht sagen, dass die Flüchtlingsströme jemals abgeebbt haben, wir ein kulturelles Versagen haben in der gesamten EU. Bezüglich dem, was unsere Werte ausmachen. Und dieses kulturelle und auch strukturelle Versagen, das wir haben, zeigt sich insofern, als dass wir auf der einen Seite sehr opportunistisch Flüchtlinge, die eine bestimmte Menge überschritten haben, einlassen, auf der anderen Seite so tun, als ob wir ein Asylrecht haben, das wir eigentlich schon längst aufgegeben haben und Libyen und andere Länder dann damit beauftragt haben, sich darum zu kümmern und zum Dritten, dass wir nicht Leute, die es verdient haben, ihrem Kampf für Humanität, im Kampf für Aufklärung, im Kampf gegen Frauenunterdrückung, in persönlichen Schwierigkeiten auszufliegen und zu retten und stattdessen dann letztendlich den Zufall der mehr oder weniger erfolgreichen Schlepper, die ihr Gewerbe eigentlich nur dem zu verdanken haben, dass wir die Fluglinien quasi untersagt haben, Flüchtlinge zu transportieren, weil sie sich nämlich das leisten könnten, hier reinzukriegen. Was wir tun so, als ob wir hier in der EU ein total humanitäres Asylrecht haben, wo wir jedem, der hier kommt, Asyl geben würden und dann versorgen würde, aber dann pferchen wir die Leute in Griechenland irgendwelche Flüchtlingslager noch und lassen sie irgendwo an den Grenzen, vor den Grenzen der EU verrecken und ausharren, anstatt denen einfach mal zu sagen, pass auf, du öffnen Büros in den angrenzten Ländern und sagen hier, das sind Leute, die wir sozusagen Asyl gewähren wollen und das nicht. Aktive Asylpolitik, die eben den Leuten zum Beispiel unterdrückten Frauen oder unterdrückten Humanisten, unterdrückten Atheisten und so weiter auch hilft. Oder meinetwegen auch unterdrückten religiösen Volksgruppen oder unterdrückten Albinos in Afrika. Also, dass wir da wirklich rausgehen und sagen, wir vertreten hier die Grundsätze von dem, was wir sind. Oder wir sagen endlich mal ehrlich, wir sind gar nicht so human, wie wir so tun und sonntags reden und wir machen das, was wir sowieso die ganze Zeit haben. Das heißt, wenn jemand eine Million Euro hat, wird er EU-Bürger. Fun Fact, die Regelung gibt es schon immer. Für eine Million Euro wird man EU-Bürger, mit allen Rechten, also in Deutschland, in Malta für 500.000. Ich kriege mal so Anzeigen, wo ich eine Immobilie irgendwie auf so einer Insel in Griechenland kaufen kann, aber die werben mit dem goldenen Visum. Dann könnte ich jetzt, ich habe ja schon EU-Pass, aber dann könnte ich mit meiner Frau und meinen Eltern, könnte ich dann da hin. Und da frage ich mich dann auch, ob die anderen Länder das wohl so toll finden. ist doch praktisch. Die Million wird direkt refinanziert ins Bundesministerium für Forschung und Bildung, die die dann dafür ausgibt, ein Studienprojekt dazu zu machen, wie die Kirchen, dem die nicht sein können, Integration zu fördern. Das ist dieselbe Denken wie zum Beispiel Fleisch essen, ja? Wenn man Fleisch isst, sterben Tiere. Und wenn man da quasi sich davor verschließt und sagt, ich persönlich habe die Einstellung, dass meine Ernährung so wichtig ist, dass es quasi für mich ein Tier geopfert werden muss, damit es auch wirklich dann das Essen wert ist und den Opfertod gestorben hat für mich als Nebengott. Entschuldigung, ich bin nicht Vegetarier, auch wenn ich manchmal so klinge. Vielleicht müsste man so Märtyrer-Tiere züchten, die sich selber dann anbieten. Märtyrer-Tiere. Aber mir ist bewusst, dass Tiere sterben und mir ist bewusst, dass Tiere misshandelt werden und dass es denen nicht gut geht. Das geht vielen anderen falsch. Es ist ja nicht so. Die wollen sagen, die will ich gar nicht wissen. Die wollen nicht drüber nachdenken, weil es unangenehm ist, klar. Und jetzt hier dieses Schwurbel-BMBF-Projekt hier. Anders kann man das gar nicht nennen. Anstatt sich darum zu kümmern, wie wir die richtigen Flüchtlinge, die richtigen, in dem Sinne die richtig Verfolgten, Flüchtlinge reinkriegen oder indem wir einfach mal zugeben, das ist eigentlich scheißegal, Hauptsache, die sind hochqualifiziert und zwar möglichst quasi von anderen Ländern ausgebildet, die eigentlich jede Fachkraft kaufen würden, aber die helfen uns am Bruttosozialprodukt oder sie kommen gleich mit großen Knete. Dann sagen, okay, dann sind wir halt nicht mehr die humanitäre EU und wir sind auch nicht mehr die kulturell aufgeklärte EU, sondern was wir nehmen, sind radikale Christen, wir nehmen radikale Finanz... Wir nehmen Leute, die daran glauben, dass Bildung wichtig ist und dass man dafür sein eigenes Wohl sorgen soll und den Rest der Gesellschaft eigentlich egal ist und wir nehmen dies und das und dann machen wir eine Liste, die aber ehrlich ist und dann tun wir nicht so, als ob die Schlepper nicht eine Erfindung sind von dem, was wir gemacht haben, dass sie den Fluglinien nämlich verboten haben, Leute ohne ein Visum hierher zu befördern. Die Leute, die hierher kommen, die könnten sich ein Boot leisten, aber darüber wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Das ist uns letztendlich so unangenehm, dass wir gar nicht sagen, okay, wir verschließen die Augen und denken jetzt an irgendwas Schönes, la la la. Denn das ist das, was wir auch machen politisch. Das ist so ähnlich wie bei Kespern. Das sind Sachen, wo sich viele Leute nicht mit befassen und dann hören sie immer, ja, wir sind ein humanes Land oder humaner Kontinent, bla bla bla. Und dann haben die meisten Leute keine Motivation, sich damit zu befassen. Mich hat das ganz besonders aufgestoßen, habe ich die jüdische Allgemeine gelesen aus den 30ern. Es gibt ein Projekt, wo man quasi die gesamten Zeitschriften sehen kann und zwar hat mir irgendeiner gesagt, die Juden haben sich den Hitler bestimmt auch schöner geredet, als er zur Wacht gekommen ist, was zum Teil stimmt, aber zumindest haben sie nicht geahnt, wie schlimm das wird, auch wenn er die Reden gehalten hat. Aber in den Ausgaben ab 35, ab 33 ist ein bestimmtes Thema erstens, wie man auswandert und zweitens, welches Land einen schon wieder nicht einlässt, dass Australien Quoten hat, dass die USA nicht reinlässt, dass die Schweiz nicht reinlässt und so weiter. Kuba, glaube ich, auch, ja. Ja, und das ist das bestimmende Thema in dieser jüdischen Zeitschrift in den 30er Jahren und das war der Grund, warum wir ein Asylrecht haben in Deutschland, weil wir gesagt haben, das Elend der Juden in Deutschland, die von keinem Land an Land aufgenommen worden sind, das wollen wir verhindern und deswegen machen wir ein Asylrecht und deswegen kommt es in die DNA von einem Grundgesetz und wir wollen eben sozusagen Bevölkerung, wir wollen Leute aufnehmen, die wirklich verfolgt wird. Und wenn man das liest, wie aussichtslos die Situation selbst der Juden waren, die sich eine Reise hätten leisten können, die quasi dann in kein anderes Land aufgenommen sind, auch in diesen Ländern wie Großbritannien, USA, selbst Australien, Palästina war zu. Alles wurde zugemacht und wenn man das sich ja mal zurückverdenkt dahin und wo wir stehen als EU, dann kann ich mich eigentlich nur den ganzen Tag schämen für die Politik, die gemacht wird und die insbesondere auch dann gegen Atheisten sind. Atheisten sind die am schlimmsten verfolgte Gruppe in arabischen, also in den muslimischen Ländern in Anführungsstrichen, weil da reicht es nur zu sagen, du bist Atheist und du bist tot oder du bist schwul und du bist tot. Das ist ganz einfach so. Wo sind die Kampagnen, um solche Leute zu retten? Ja, ich meine, wie verbreitet das ist, weiß ich nicht, weil man da oft nur einzelne Fälle hört, aber ich habe es in den letzten Jahren auch mehrmals mitbekommen, dass wirklich Männer und Frauen, die gesagt haben, ich bin homosexuell oder ich lebe in einer homosexuellen Beziehung, ich komme aus dem und dem, in dem Land steht Gefängnisstrafe oder Körperstrafe oder was weiß ich drauf, die werden wirklich zurückgeschickt. Es ist halt schwer natürlich zu beweisen, weil du hast ja nicht irgendwo ein homosexuelles Gen, wo man sagen kann, der ist jetzt schwule und die Frau ist lesbisch oder irgendwas. Warte, 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 es gibt doch in manchen Ländern, ich weiß nicht mehr, wo das war, so ein Test, wo du, glaube ich, dann entsprechende Bilder gezeigt kriegst und dann kriegst so einen Penissensor, der merkt dann, also bei, ich habe es selber jetzt noch, bin noch nicht getestet worden, aber es scheint da so eine Art homosexuellen Lügen den Lügendetektor zu geben. Phallograph heißt das, glaube ich. Ach so, okay, da weißt du jetzt mehr als ich, aber macht mal Sinn. Ja, ich weiß Dinge, ja. Und da werden wirklich Leute zurückgeschickt, die werden in diese Länder zurückgeschickt, wo ich wirklich denke, ja klar, da kannst du die auch auf dem Meer saufen lassen, wenn die in das Land zurückkommen, die haben ja gar keine Chance dort, weil dann gesagt wird, ja, du musst es ja nicht ausleben, dann wirst du auch nicht verfolgt, na dann, mit derselben Begründung kannst du ja auch politisch Verfolgte oder religiös Verfolgte zurückschicken, weil wenn die ihre Meinung nicht sagen oder ihren Glauben halt im Geheimleben passiert ja nichts. Deswegen kriege ich da auch immer die absolute Krise, wenn ich denke, da werden die Leute zurückgeschickt und andere, die irgendwie Fundamentalisten sind, die, ja, oder was war das, war Polen, glaube ich, die wollten irgendwie nur Christen aufnehmen? Das war Polen, ja und letztendlich, wenn die zurückgehen, werden sie zu Flüchtlingen im eigenen Land und das ist auch eine eigene Statistik, weil die können dann nicht mehr in ihrer Familie und ihrem Umfeld leben, sondern die müssen in eine andere Stadt ziehen und dann ein Leben vortäuschen, das entsprechend konform ist. Richtig. Und das sind dann auch wieder Schicksale, die in keiner Statistik drinstehen, Leute, die im eigenen Land vertrieben sind und in ein eigenes Land fliehen, vor ihrer eigenen Familie sich verstecken müssen, weil die dann mit Blutrache oder Blutfeder oder sonst irgendwas bedroht werden. Das ist ein Punkt, den man eigentlich mal thematisieren könnte und nicht die Not, die große Not der Christen, die zu Weihnachten einmal nicht in einer großen Halle die Rände kneten können. Wie war das? Das schlimmste Weihnachten seit dem Zweiten Weltkrieg, wo ich auch gedacht habe, boah, wie viele von den Leuten sitzen jedes Jahr alleine irgendwo und haben keine Familie. Weihnachtszeit ist, glaube ich, auch mit einer der höchsten Suizidraten der Zeit, wo auch Depressionen extrem zunehmen. Es ist nicht nur Suizid, auch Sterbequote geht zu Weihnachten hoch. Wo ich dann denke, die Leute haben dieses Problem mit Vereinsamung, was es ja wirklich gibt, das ist ja echt, das Problem haben wir seit Jahren mehr oder weniger in den verschiedenen Bevölkerungsschichten verteilt. Und jetzt, weil ihr nicht in eure Beetbute gehen dürft, das schlimmste Weihnachten seit dem Zweiten Weltkrieg, also als ich das gehört habe, wo ich auch gedacht habe, es ist ja wohl nicht dein Ernst. Ist das nicht eigentlich, wie hat man gesagt, wenn zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter euch, wozu brauchen die dann ihre Gottesdienste? Die zwei, drei Leute hatten doch auch zu Hause, das sind ja noch die Kontakte. Die dürfen aber nur aus maximal zwei Haushalten sein. Ja, dann funktioniert das doch. Dann funktioniert das doch. Ja, eben. Ich muss mich hier schon zwangsernähren. Oje, sollen wir Sterbehilfe machen oder? Die Frage ist an Jan, ob er mit seinem Thema durch ist. Ich bin eigentlich soweit damit durch. Mal gucken, was noch so aus der Ecke kommt. Ich werde das mal beobachten. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Resonanz. Vielleicht, wenn irgendwann mal wieder offen ist, gehe ich ja mal bei diesen Leuten vorbei und unterhalte mich mal mit denen. Ich bin auf jeden Fall sehr unangetan davon, dass insbesondere an der Technischen Universität dafür Steuergeld verplempert wird und anders kann ich das nicht nennen. Wie viel war das? Das jetzt ist eine Million und also so 875.000. Damit könntest du auch einen EU-Bürger bezahlen. Also das ist einer, der eine EU-Bürger wird. Das Ganze ist aber Teil von 19 Forschungsprojekten, die insgesamt 14,5 Millionen Euro haben. Ich habe jetzt nicht die Liste mit den anderen BMBF-geförderten Dingern durchsucht, aber ich wette, da sind noch ein paar andere Schmankerl dabei, die hinterher ihre Forschungsergebnisse für den Endbericht bei Templeton Foundation oder Pew irgendwas publiziert haben werden. Sollen wir dann mal zum Schluss kommen? Mein Bekannter hatte mir einen schlauen Spruch geschickt und meinte, der könnte von dir sein und dann dachte ich, ja, stimmt eigentlich, kann ich gleich mal hier einen Podcast einbauen. Wenn tausend Leute einen Monat lang an eine erfundene Geschichte glauben, nennt man das Fake News. Wenn eine Milliarde Leute tausend Jahre daran glauben, nennt man das Religion. Yuval Noah Harari, Schriftsteller, wir hatten auch ein oder zwei Bücher von ihm besprochen. Homo Deus und eine kurze Geschichte der Menschheit. Gut, das war die 96. Episode von Ketzer 2.0 Kommentare, Lob, Kritik und Höhlendrohungen. Bitte wie immer an podcast.atheismus.de oder besucht unser Blog auf ketzerpodcast.wordpress.com oder unseren YouTube-Kanal Ketzer Podcast und liked und subscribed und gebt uns gute Bewertungen. Ich bedanke mich bei meiner Mitketzerschaft und wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. Musik Musik Säge Roland Säge Ben